Montag, 26. Juli. Sie versuchen mit Disziplin neue Vorsätze einzuhalten. Systematisch Entrümpeln und Neustrukturieren gehört absolut dazu. Sie sollten nicht gleich desorientiert sein, wenn nicht alles klappt. Wenn Sie nicht hektisch werden, geht schlussendlich durchaus etwas weiter. Legen Sie Ihre Ideen wie ein Samenporn in die Erde und dann warten Sie ab, es wird durchaus wachsen. Hüten Sie sich vor oberflächlichen Menschen und Bussi-Bussi-Gesellschaft, diese nervt Sie heute leicht. Haben Sie auch keine Angst vor neuen Dingen. TV 21 Austria. Einfach anders.